Oh, es ist kalt, Leute, wir haben aktuell, aktuell wie es gerade ist, wir haben 5 Grad, also 5 Grad haben wir, Alter, das ist kein Scherz hier, also 5 Grad hier und hier ist es total arschkalt und ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall und ja, ja, tschüss.